Musik Hallo, ihr seid Sofa, ihr seid Sofa, ihr seid Sofa, ihr seid Sofa, ihr seid Sofa und willkommen von Sonic X Shadow Generations Ich krieg den Tit noch mal nicht richtig raus Äh, letztes Mal haben wir den Bus bekämpft aus der zweiten Welt oder zweiten Gebiet Nachdem wir die Herausforderung von, ähm, Kingdom Valley gemacht hatten Und weil wir noch einen Schuss übrig hatten von den ersten Gebieten Konnten wir auch haltdings direkt den Bus freischalten Und jetzt dieses Ding da wird immer aktiver Und, ja, jetzt machen wir mal dieses Level hier, was auch immer das wird sein Okay, Akt 1 spielen Ich bin mal gespannt, was haben wir denn hier so schönes Okay Wirg und Doppel, okay Oh, okay, nee, halt genau, das wird ausweichen Äh, hier Drück den Sprung durch deinen, äh, Morphball-Karm, deine VZ-Druck, während der Tasse zu springen, halt den, äh, Sprung K gedrückt Äh, worauf was, okay, dann Ich werde sterben, das wollte ich mir also sagen Oh, okay Oh, Gott So, so, marsch's Oh Gott, alles gut Okay, die Level war ein bisschen knackiger Oder ich war da von Sümer gerade Äh, so, hoppala Okay, dann hier Hoppala Okay Okay, die gehen nach allem, die ist kaputt Hops Okay, okay So weit, so gut Batsch, batsch Okay, da muss man, glaube ich, sehr schnell reagieren Äh, hier Hops Achtung Stacheln Boing Und dann, hups Bam, bam Und dann wieder diese Säure hier So Und gut aufbauen Nice Und der gute alte Loopti-loopti Okay Checkpoint Ich kann gerade gar nicht zu ordentlich aus, was zum Spiel, dass sie kommt Okay, da muss ich auch noch eine Stelle, ich starte, es wäre gut, wenn ich auch hier springe, aber okay Ah, Gott Und batsch Und batsch Und batsch Oh Okay Nein, ich wollte da nicht Oh, leck mich doch So, zack Bam, 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 bam Okay, da sind Oh, du Wichser Eben mischt Stein Und Oh, was sieht cool aus Oh, scheiße, hab ich schon vergessen Ah Ah Jungs Was tut doch in Ruhe So, und dann hier, und dann hier Okay So, zack Vulkanausbruch Uhu Du bist jetzt mit dem Konzenten Volkanausbruch Arbeiten Oder kann das sein Okay, es geht jetzt in 10 Euro rein So, Rina Wie es scheint Okay Doin Okay Okay, ich weiß, ich weiß, ich war, dass ich gerade freigesch... äh, da Komma habe, aber Sieht interessant aus Nein Oh, ich konnte das gerade aktivieren Oh, scheiße Ich vergesse jedes Mal die, äh, die Doom-Sperre zu benutzen, ey Quatsch Okay, nice Und weg bin ich Boah, aus dem Weg, ne Ich glaube, das kann man sich schon denken Quatsch Oh, das geht zu Äh, und jetzt? Na Wird gerade sagen So, hält sich die Steine ran Und, oh Gott, das hier wird tödlich Quatsch Bam, bam, bam Okay Aber ich glaube, es sieht ziemlich cool aus, muss ich sagen Nicht, wenn ich die Büro höre, muss ich sagen Äh, was? Was wollt'n die jetzt? Nein, oh, wie wächst du dich denn gerade wieder? So, zack, zack Und, joss Hops Miau Muss man jetzt den Vulkan oder was läuft? Ach, ich konnte eigentlich aufgerissen Okay, boah So, kann ich sagen, das muss ich eigentlich ausreichen Hops 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 Ja, let's go Miau Boing, boing, boing So, dann sich da dran handelten Und dann hops Tatsan Und da ist auch das Ziel Cool Okay, bin ich mal auf den zweiten Akt Gespannt, wie das wird So, ich sage Bärung Ja, voilà Okay Wäre auf jeden Fall ein bisschen knackiger Die Level Aber das Level ist eigentlich nochmal super Also das ist magisch richtig gut So Chaos Island ist der Name Okay Interessant, interessant Und dann Akt 2 Let's go Und dann werden wir uns wahrscheinlich Ein gutes Stückchen amüsieren Zu erkunden hier Ich glaube, wir haben hier Oh, nicht was herumliegen Okay Ich wollte gerade sagen, es wird witzig Weil wir wissen, glaube ich Dass ich in So zwei, drei ZD Passage Bis zum zweiten Akt Immer ein bisschen schlechter unterwegs bin Wollte ich auch sagen Und dann war ich auch schon runtergefallen Also Ja Ich brauche mal keine Worte dafür Doin 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 So Erstes Collectible Oh Scheiße Ja, danke Boah Lieber So ein Geröll Als Dings Ein Abgrund Ne Man kann sagen, pass auf nicht, dass gleich da etwas Gehen kommt Boah 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 Oh, oh fuck Es wird viel zu früh Boah Immer zu früh Das ist verdächtiger aus Warte Okay Boah 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 Achso Da hier Okay So Und dann hier runter Oh Gott So Ich kaufe runter Ein bisschen überfordert Aber es geht Okay Okay Durch diese Dinger Kannst du durch Ich bin überfordert hier hier okay hier und weiter ich bin überfordert wie man vielleicht merkt der plattform ja dann spring eben nicht okay das ist so eine plattform okay so jetzt verstehen so zack zack und dann hier weiter und dahin weil warum nicht hilfe ich bin überfordert und collectible cool das mag ich und sogar abgespeichert oh scheiße gut das abgespeichert wurde da euch ja servus so schnee mal dass das ziel ziemlich nah wird sein ich sage b bis maximal a rang ok a rang aber schnell das level 2 von chaos island wieder her nice und 20 sekunden weniger hätten sogar ein s rang ok aber wir alle collectibles sogar cool das ist gut gelungen dann und somit sind wir auch schon mit chaos äh ne nicht chaos doch irgendwas mit chaos ich habe Ich hab dich, Shadow. Der Blühe Hedgehog, von allen Dingen. Du hast etwas, was ich brauchen. Du kannst es warten, bis mein Geschäft ist fertig. Ja, sorry, aber das Chaos Emerald und ich haben ein Date mit einem Monster. Dann wird es ein Date zu sterben. Schreiber! Töne Weg! Oh, das ist doch, was ich. Drei, die leise. Ahhh! Ich bin der Emerald. Bis zum nächsten Mal! Ich bin ein Fake-Emerald. Ich werde dich für die reale, nachdem ich mit meiner Mission endet habe. Wow, schau dich an! Als professioneller Jewel-Thief? Ich freue mich! Ich werde dich wieder verbunden, du wirst eine große Hilfe sein. Ich werde dich wieder ausschauen, dann kunde ich die Gegend für dich. Je schneller wir hier weg sind, desto besser. Opse, fucking gut. Aber okay! Chaos Island ist damit durch und wir sogar treffen mit unseren guten alten Rivalen Sonic. Ja, cool. Okay, jetzt werden wir noch ein bisschen erkunden. Folge ist erst zu helfen, dann wirst du dich verarschen. Äh, hier ist eine Herausforderung, okay. Sammle, oh Gott! Da hinten. Das wird fucking knapp! Okay, hab ich. Oh! Oh! Ich bin nicht blöd! Oh Gott! Oh Gott! Oh, jetzt ist eine Schraube. Äh, so. Noch eine Schraube. Oh, ich hab's verfehlt. Egal. Jetzt geht's mir auf das Ding da abzuschließen. Okay, also hier. So. Wo jetzt? Oh, leck! Äh, hallo! Das tut... Ich kann doch nicht hoch. Okay, ich dachte, das wäre ein Weg nach oben. Scheiße! Oh, jetzt hab ich übelst Zeit. Äh, klappert. Äh, oh Gott, ich bin grad zur Lust. Oh Gott, nee! Jetzt hab ich was geklappt. Okay, ich hab's verkackt. Na, okay. Ja, okay, ich hab's verkackt. Okay, warte. Und hier mal. So. Und Illustrator 29. Cool, cool. Äh, das hier sieht man auch... Oh, das können wir auch jetzt benutzen. Oh, leck mich doch. Dann drück halt. So. Achso, ich muss das... Ah, okay. Daneben nicht. Okay. Ich komm mit der... Joomhoff noch... Ja, nicht zurecht. Hallo. Hallo. Äh. Es hilft ja doch nicht, dass die Steuerung ganz zu weird ist. Hä? Ich hab nicht losgelassen. Ja, ja. Ah, nee, das ist... Das hier... Äh. Nicht spaßig grade. Oh, fick dich doch. Let's do this. Ich bin schon hinten. Oh, leck mich. So, dann gehen wir hier hoch. Servus. Hier werden wir schon später die Herausforderung hinkommen. Hey, da ist noch eine andere Herausforderung. Warte, hier kann man auch hoch. Ah, deswegen. Okay. So. Illustrator 51. Okay. Die Kiste haben wir schon aufgemacht. Das sieht verdächtig aus. Ach, ja. Da war ja was. Äh. Wie komm ich denn da jetzt am besten hoch? Ah, ja. Komm. Dann mach ich ihm nix. Nee, okay. Ist definitiv nicht meins. Smiles war ja irgendwie mit dem Capture, äh, wir sind das anwesend, die sehr viele Probleme hat, finde ich. Okay. Okay, da komm ich nicht dran so. Mhm. Nee. Okay, ich muss irgendwie schauen, aus dem richtigen Winkel da hinzukommen. Echt? Hier? So. Ups. Voila. Voila, voila, genau so. Boing. 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 Da. Oh, leck. Ey, wie soll ich denn da jetzt da hinzukommen? Okay. So, I guess. Huiii. Servus. Okay. Warte mal, wie ist das, wie das spawnt? Ich hoffe nicht, dass ich hier irgendwas verpasste. Aber da ist ne Kiste, okay. Komm, dann muss man auch wahrscheinlich Tricks, um hinzukommen. Ja, jo, was soll mit der Kamera denn egal? Okay. Das ist ja sau unfair. Die Kamera wäre richtig scheiße im ersten Moment. äh, grandios. Äh, okay. Egal. Das mache ich dann ein andermal. Äh, was ist das hier? Ah, das war das Ding. Oh, nein. Hat's funktioniert? Natürlich nicht. Okay. Also probieren wir's noch einmal. Diesmal hoffentlich mit Erfolg. Oh Gott, jetzt komme ich natürlich immer mehr auf die Sachen, die immer mehr problematisch werden, ne? Ja. Ja, aus dem Weg, kritzefix. So, zack. Und voila. Ja, danke. Äh, okay. Und go. Okay. So weit, so gut. So. 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 Und dann weiter. Jetzt weiß ich ja schon, was hier weitergeht. So. Okay, wir sind gut in der Zeit. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Vielleicht. So, dahin. Weil dann, voila, bin ich direkt hier. Alter, die Steuerung. Ah. So, dahin. So. Nice. Und wo geht's jetzt hin? In die Mitte? Ich glaub schon. So. Ja, da. Okay. Oh, ne, die kann ich dann das Ziel, äh, Karten, äh, 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 die wurscht ich was ich meine so und jetzt ja okay es muss ja fertig sein jetzt das trotzdem 94 einfach nur die explosion gehört ich komme nicht hin bis jetzt ganz komisch ich da hinkommen wird wahrscheinlich okay ich frage mich da wie man da hinkommen soll so nix an schauen wir mal die map an es leuchtet irgendwie so hinten hier unten irgendwie so ganz komisch ich gehe mal da schauen was da ist also da ordentlich ist okay okay da ist ein level es ist ein boss kaum ok hier was da also den weg freischalten für das nächste gebiet ist auch nicht schlecht haben wir nämlich nichts mal da war also kommen wir das höhlen system ok so jetzt sind wir auf der anderen seite ne aber fucking meint warum konnte es nicht so einfach sein oh gott muss ich wirklich wie ein inkelin hier rum mehr springen gehst du auch so und da und da in ein boing 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 und da wär's vier schlüssel das wäre aber kein anderes ding mehr oder wie oder komm jetzt noch in der stage jetzt aus dem nix schließt die auswahl und ab und bus durchschluss ok ok das heißt nächstes mal haben wir sogar schon den letzten bus gescheint ok und da brauchen wir vier schlüsse das heißt da muss man jetzt auf jeden Fall ordentlich was machen nächstes mal aber das wird schön dieses ding um dooms zahnrad zu bekommen wieder ok ja dann servus man hätte aber auch nicht irgendwie hier das tor können eröffnen können ah ne hier ist es ok jetzt kann man hier hin ok das macht natürlich viel viel praktischer das war ja sonst immer unnötig äh dauern wenn man da hängen ist er geht so aber ok das heißt wir haben jetzt die letzten auswahl nicht scheint weil sonst ich glaube auch nachher das war der letzte bus dann und dann kommt wahrscheinlich der feine bus weil das ding hier bricht jetzt jeden moment aus würde ich mal annehmen und sonst aktuell ist die hauptwelt ja auch nicht wirklich größer das heißt da muss es ja schon fast aufhören ok wir haben uns jetzt da herausforderungen da haben wir herausforderungen ok also dies herausforderungen von sunset heist und von äh dings von chaos was war es noch immer ich weiß es nicht mehr haben wir noch zu machen ok dann würde ich sagen machen wir ein bisschen erkundung noch weil warum nicht öps da oh nein ah scheiße so spring da hoch oh komm du kommst da hoch doch äh come on so voilà es war ja irgendwo hier jetzt da war äh wie komme ich am besten hin wo also dieses ding halt doch nicht ähm dann nicht das ist mir irgendwie verdächtig aus hier könnte ich mir irgendwie vorstellen dass etwas versteckt ist ne schade mhm ja ok dann sieht es eben nicht ab oh warte 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 hab ich nen dings ja hab ich äh the last wave von shadow the hedgehog ok nice schön gemacht äh das ist ne herausforderung weil jetzt in theorie glaube ich habe hier nur noch eine fähigkeit von erinnern die uns fehlt das heißt wir müssen wahrscheinlich das meist inzwischen können machen sammlerringe im ding ok so ja weil das geht schon viel einfacher jetzt so so da ok ok aber ein bisschen knifflig äh man ist definitiv nicht einfach äh äh hier komm aktivieren wir mal ok die kisten hier finde ich sauverlässig ok ne auch nix ok no äh hier kann ich das ding runter und links benutzen und dann ne ah das für das ding da ja ok ne das muss ich nicht noch mal vergessen nice das haben wir und sonic forst ist teil 1 erhalten und es sieht cool aus und hier geht es zu den herausfordern geben wo das machen wir natürlich nächstes mal dann ich habe nicht so viel jetzt neues dabei in der zukunft ich gedacht hätte äh hier habe ich nicht mehr von diesen komischen bots ich würde mal dahinten gehen oder visieren angehen dann mache ich nichts oh ja gott ne ich mag die die steuerung von doom auf ab das geht gar nicht oh scheiße das bot ich jetzt nicht egal aber morgen probier's so 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 hey gott deswegen die steuerung also ich gerade mit der steuerung so haben sie aber doch zwar das grad übel hui hui haben wir es geschafft hier ist was hier und 84 ok äh gehen wir einfach mal hier nach schon mal schauen wo wir landen ok damit kann man äh 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 Jesus ok ich habe jetzt nichts direkt im blick aber ein bisschen rund äh mehr Speed da werden wir schon irgendwas was wir schon dann treffen oh oh Gott das ist mir wieder am Anfangsgebiets ja gut ähm hm 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 ok dieser Turm ist halt sau verdächtig wo wir den jetzt irgendwie hinzubekommen ok ok nur Münzen aber äh wo ist diese Plot ah da ah leck mich ne ich wollte das nicht gleich noch einmal machen vergiss es so ja und dann soll sie es eben nicht an alter ah so also hier oben hin boah voilà geht doch nein das wollte oh ich wollte doch nicht das und dann habe ich die ja das ist natürlich wunderschön wenn man denkst natürlich gerade nicht das hat was man braucht geile scheiße ähm ich schau mich gerade aber um ah da da haben wir noch etwas nice schraube so aber hat schon einen guten teil erkunden das heißt wenn ich mehr so häufig natürlich auf collectibles treffen oder wenn wir es machen dann ist halt noch gelockt weil wir dings zum beispiel halt äh paar von den äh collectibles aus dem level eben brauchen jetzt zum beispiel hier ah ne noch nicht gib's ja nice shadow hedgehog space gadget jesus christ lest doch mhm mhm so ok hier ist ne Herausforderung Zange Linge im zeitlevel oh Gott öh Hey, und jetzt? Ey, ich versteh das mit einem Anvisier noch einmal nicht. Ne, noch einmal nicht ein Fan davon. Also mit der Doom-Morphfähigkeit muss ich bestimmt noch am freuen. Die ist mir von der Steuerung her wirklich manchmal sehr komisch. Und jetzt? Hä? Ja, dann sag mal, wo es hin muss. Also die Kamera verlangt aber auch, dass du auswendig weißt, wo du hin sollst, ne? Hä? Oh, was ist das denn da? Oh. Ne. Nichts ein Fan. Mh, wirklich gar nicht. Da, ich muss grad sagen, du müsstest ja wohl capturen. Ja, doch. Dann eben nicht. Ich hab anvisiert. Ähm, macht's irgendwie aber nicht. Geht mir so auf die Nerven. Ah. Und schon wieder hier. Zwei Ringe haben mir grad gefehlt. Das hab ich gesehen, ihr Wichser. Okay, wir haben noch das hier und dann war's das. So. Also, hier Ringe. Also, ich mach's mal so. Oh, ich mach's mal so. Oh, come on jetzt. Okay, dann sammle ich hier die letzten ein. So, so ne Scheiße aber auch. Äh, so ne Scheiße. Ah, ein Rad hab ich gesehen. So, darf ich jetzt nicht. Ich will das Teil hier. Haben wir sonst noch irgendwo ein Fliegen, ein Deppen oder so? Irgendwas. Oh, das ist ne Kiste, aber ich könnte mich einsammeln. Cool. Schau mich mal um. Sieht nicht so aus, als wäre hier irgendwas noch in der Nähe, was ich jetzt könnte einsammeln. Keine Schraube. Keine kleine Herausforderung. Ich glaub, das war's. Na dann, würd ich sagen, nächstes Mal machen wir dann die Herausforderung und den Kampf gegen den Bus dann. Da in der Kaline Situation oder was auch immer. Ich bin mal sehr gespannt. Es kann gut sein, dass wir das nächste Mal vielleicht schon so Richtung Finale ein bisschen, äh, äh, ja, gehen. Deswegen, also, wahrscheinlich nicht nächstes Mal, aber ich würd sagen, übernächstes Mal könnte vielleicht schon das Finale sein. Oh Gott, das heißt, ich muss extrem viel Backtracking machen. Oh Gott, das wird spaßig. Aber ja, dann, dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye.